Am 22. Oktober ist es soweit. Die nationalen Wahlen stehen auf dem Programm. Genau für das haben wir die Interviewserie mit den Ständeratskandidaten aus dem Kanton Bern. Und heute ist hier Lorenz Hess von Die Mitte. Guten Tag, Herr Hess. Guten Tag, meine Damen und Herren. In der Umfrage von LIVAS in Zusammenarbeit mit der BZ und dem Bund liegen Sie auf dem 5. Platz der Ständeratswahlen, nur zwei Sitzen zu holen. Macht ihr noch Hoffnung? Ja, absolut. Erstens sind Umfragen gegen Umfragen, wo man wissen muss, wie sie in den Stand kam, was ist gelaufen. Das ist eine Frage der Mobilisation der Leute. Ich habe das Gefühl, die entscheidende Phase und die interessante Phase wird sowieso nach dem ersten Wahlgang sein. Ich bin überzeugt, es gibt den ersten Wahlgang. Ich glaube, bei solchen Kandidaten marschiert oder bisher nicht im ersten Wahlgang durch. Und dann kommt es darauf an, wie man sich dann organisiert, namentlich jetzt auf der bürgerlichen Mittenseite. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir zuerst einmal den ersten Wahlgang abwarten müssen. Was zeichnet Ihnen aus? Das ist jetzt schon lange Nationalrat, seit 2011. Was zeichnet Ihnen aus, dass jetzt der Ständerat, dass wir euch wählen sollen? Zum Ersten habe ich das Gefühl, schätze nichts, wenn man schon ein wenig Erfahrung im Bundeshaus hat. Klar, man kann von aussen direkt in den Ständerat hineinwollen. Aber wenn man weiss, wie das funktioniert und seine Erfahrungen gemacht hat, ist sicher ein Vorteil. Zum Anderen habe ich das Gefühl, in einem Ständerat, wo nach wie vor etwas anders politisiert, mehr diskutiert wird, ist natürlich eine Mittelposition noch einmal etwas mehr wert. Darum sind wir auch gut vertreten als Mitte im Ständerat. Denn dort ist weniger Moden zu polarisieren. Klar, man kann links und rechts mehr Lärme machen für die Tribüne, für das Publikum. Aber im Ständerat ist eine lösungsorientierte Mittelposition eine wirkliche durchaus richtig am Platz. Ist das, wenn man in der Mitte des politischen Spektrums steht, zum Teil ein Problem, dass man kein klarses Profil hat? Ja, das wird natürlich auch so gesagt. Ja, wo seid ihr genau? Denn wenn man lösungsorientiert ist und bei Kompromissen mithilft, dann ist es quasi klar, dass man einmal auch mit den Linken, wenn sie gute Ideen haben, aber auch mit den Rechten zusammenarbeitet. Aber es ist so, dass man dadurch auch nicht einfach ein Thema, wie wir das bei anderen Parteien haben, besetzt, und das einfach 365 Tage im Jahr durchfährt. Ganz kurz, seid ihr da Konsenspolitiker? Ja, da bin ich absolut, v.a. auch noch aus dem Grund, weil ich nebst dem Geschäftlichen, nebst der Politik jetzt ein länges Jahr auch das Gemeinspräsidium von Städtlen und in einer Exekutive. Da lernt man einfach, dass man zwischen das Parteibüchchen mal auch vergessen muss. Da kommt man zusammen. Und wenn man am Abend zum Zimmer rausgeht, sollte man sagen können, wir haben uns irgendwo gefunden und zwei, drei Probleme gelöst. Euer Wahlslogan ist bürgerlich denken, nachhaltig handeln. Geht die zwei Sachen bürgerlich denken und nachhaltig handeln überhaupt wirklich zusammen? Ja, die müssen, die müssen eben wirklich. Und für mich ist das ohne Grund gewesen, seinerzeit, als wir die BDP haben gegründet, bei der Überzeugung gewesen, dass man einfach auch von bürgerlicher Seite nicht die Augen zutun kann bei dem, was hier mit dem Klima passiert. Wenn ich schaue, dann können heute, egal ob euer Sender oder andere Sender alle, wir haben nur noch von Waldbränden oder Überschwemmungen oder Hitzewellen, haben wir die News drin. Und da bin ich schon der Meinung, dass man durchaus eine bürgerliche Position haben kann, aber die Augen doch nicht verschliessen von diesen Problemen. Darum Klimaschutzgesetz oder Energiewende, das sind Sachen, die man als Bürgerliche anpacken muss, und zwar nicht einmal für uns, das machen wir für die nächsten Generationen. Und dann muss man nicht fragen, schränkt es mich ein oder kostet etwas? Ja, es schränkt vielleicht ein, aber nur kostet etwas, aber es ist für später. Was müssen wir konkret machen in der Klimafrage nach euch? Also ganz konsequent das umsetzen, was jetzt immerhin das Volk beschlossen hat mit dem Klimaschutzgesetz. Wir müssen relativ kompromisslos die erneuerbaren Energien fördern. Wir kommen nicht darum herum. Und das sind für mich Geothermie, Wind, Wasser und Sonne. Und es gibt durchaus Szenarien, die zeigen, wie man das konsequent macht und auch dort Kompromisse findet. Zum Beispiel zwischen Landschaftsschutz, wo die Grünen dann nicht mehr auf dem letzten Quadratmeter beharren können, aber auch auf der bürgerlichen rechten Seite, wo man sagt, ja, es gibt vielleicht hier und da mal Eingriffe in die Eigentumsfreiheit. Ich habe das Gefühl, das ist das, was wir fördern müssen. Und wir müssen nicht darüber diskutieren, AKW, ja, nein. Ich meine, im Moment ist einfach niemand da, der so etwas finanzieren möchte, auch wenn es vielleicht gut wäre. Wir hätten ganz sicher. Man kann sich nicht mal vorstellen, dass es in irgendeiner Region in einem Kanton gibt, in dem es keinen Volksaufstand gäbe, wenn jemand sagt, wir ein AKW haben, also müssen wir mit dem, was wir haben, die AKW so lange wie möglich laufen lassen lassen. Diese Laufzeit hat man auf 60 Jahre aufgetan, wenn Sie sicher sind, und parallel dazu die Erneuerbaren kompromisslos fördern. Ein anderes wichtiges Thema für Sie sind das Gesundheitswesen. Sie sind selber Präsident vom Verwaltungsrat der Visana. Im Moment sind die Prämien massiv gestiegen. Wir sprechen von Skandal in der Schweizer Presse. Was ist dort das Problem, dass die einfach stetig steigen, Jahr für Jahr? Weil die Leistungskosten im Gesundheitswesen dauernd hochgehen. Oder die Prämien, die nachher kommen, jetzt im Herbst, oder jeweils im Herbst. Da verstehe ich doch jeden und jede, der nicht Freude hat, wenn er von seiner Versicherung das Gouware rüberkommt. Da muss man eben eines wissen, für die Prämien festzusetzen, was alles im letzten Jahr konsumiert wurde. An Therapien, Operationen, Hospitalisationen, Medikamenten usw. Wo könnte es jemanden hergehen? Dann rechnet man oder rechnet man. Also müsste es für nächstes Jahr so viel sein. Am Schluss kommt das Bundesamt für Gesundheit und sagt, ja, so viel ist es. Darum sind die Prämien das Abbild der Kosten, die wir für Ursachen. Wir haben halt einfach eine super Qualität, Zugang zu allem. Und das kostet enorm viel. Etwas, was dir auch als Präsident der Wisana ins Leben gerufen hat, ist Résult de L'Ach. Das ist im Berner Jura eine vollintegrierte Gesundheitsorganisation, nach dem Vorbild von amerikanischen Organisationen. Das zusammen mit Swiss Medical Network und dem Kanton Bern. Das fängt jetzt an. Im Januar 2024. Ist das etwas, das funktionieren und die Kosten senken könnte? Und warum? Ich bin 100% überzeugt. Ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen stolz, dass wir das innerhalb eines Jahres zusammen mit dem Kanton Bern, zusammen mit Swiss Medical Network, der der Anbieter von den Spitälern, zusammenarbeiten konnten. Das Bundesamt für Gesundheit hat gesagt, ja, das ist gut, das ist ein alternatives Versicherungsmodell. Ich bin 100% überzeugt. Spitäler würden näher mit den Krankenkassen zusammenarbeiten, bloß bis zu Spitex-Spezialisten, alle zusammen in einem Verbund? Das ist eine integrierte Versorgungsregion. Und dort müssen alle, die in dieser Region sind als Leistungserbringer, also das kommt von Spitex oben an, bis zum Hausarzt, die gehören zu einer Organisation. Der Patient oder Patientin zahlt einen Jahresbeitrag, hat Zugriff auf alles, aber das ist effizienter, es ist koordiniert und das kommt alles aus einer Hand. Weil Kosten entstehen häufig heute, weil es nicht koordiniert ist, weil es doppelbehandlungen gibt, weil man Wartezeiten hat und es nicht effizient ist. Im Ausland hat gesagt, das funktioniert. Ich bin ein bisschen stolz, dass das im Berner Jura ist, wo wir das effektiv ab 24 starten. Stichwort Berner Jura. Ihr sagt in eurem Wahlkampfvideo ich lebe zwischen der Fläche des Seeland und den Viertausiger der Alpen. Wie gut kennt ihr den franzfröderischsprachigen Teil vom Kanton Bern? Ja, da wurde ich eben schon zu Recht von einem Berner Jurasien aufmerksam gemacht. Ich habe hier im Rahmen einer Ausbildung eine Lektion gegeben. Das war in Tavan. Und dann hat jemand gesagt, er hätte das Video gesehen, ich hätte nicht sagen, vom Seeland bis zu da. Es gäbe noch Jura Pecnois hinterher. Dann wollte ich einfach die Meereshöhe ausdrücken. Ja, ich glaube, es hätte keinen Sinn, dass man als Agglomerationsmensch von Bern dergleichen tut. Und krampfhaft gesagt, wann bin ich wohl auf dem Schulreischen? Und manchmal gehe ich dort noch auf den Pferdemarkt oder so. Aber ich glaube, zu meiner Zeit, vor allem als Präsident der bernischen Gemeinde, das war ich sieben Jahre, als ich bei Grossrat war, hatte ich sehr viel Kontakt, sehr viel Einblick mit Gemeinden vom Oberhassli bis auf die Guttelerei. Und das bleibt ihm. Gerade wenn man selber noch Gemeinspräsident ist, hat man das regionale Verständnis. Im Berner Jura sind jetzt letzte Woche wieder sechs Schafe vom Wolf gerissen worden. Ihr seid Präsident vom Berner Jägerverband auch. Was muss man mit dem Wolf machen? Ich glaube, beim Wolf muss man in die Richtung gehen, die jetzt der Bundesrat gemacht hat. Auch wenn es sehr wahrscheinlich etwas zu krass ist, was jetzt vorgeschlagen wurde. Aber ich glaube schon, dass wenn der Wolf sich dauernd an den Nutz-Tieren gütlich tut und am Schluss in einer Glaboration ist, dann muss man eingreifen. Ich glaube, das ist nichts als normal. Dort kommt der Druck zurecht auch von den Nutz-Tierhaltern. Es sind weniger wir Jäger. Wir wollen ja auch nicht schiessen. Das wären ja Behörden, Wildhüter, die das machen. Aber der Wolf, glaube ich, ist ein Problem, weil jetzt, als er wieder kommt, ist die Landschaft nicht mehr die gleiche wie vorher. Also man muss dort gezielt eingreifen, wie man das mit anderen geschützten Arten, beispielsweise beim Steinbock gemacht. Aber dort stört es überhaupt niemand. Eidgenössisch geschützt und trotzdem Bestandesregulierung. Eine letzte Frage. Wir kommen zum Schluss des Interviews. Ganz kurz. Die Mitte könnte die FDP überholen, sagen Umfragen. Seid ihr für einen Angriff auf einen zweiten Bundesratssitz der FDP? Ganz kurz. Wenn der Vorsprung so gross ist, dass es nicht einen Zielfilm gibt, wie auch beim 100-Meter-Sprint, dann müsste man es sich überlegen. Aber von diesem gehe ich nicht aus. Und wenn man es sich überlegen möchte, müsste es auch nicht unbedingt gerade bei diesen Wahlen sein. Danke vielmals. Lorenz Hess, seid ihr hier bei uns im Studio gewesen. Dankeschön. Merci.